Das ist eine Schule nach Ihrem Herzen. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Wir sollen hier den Marsch blasen. Wir sollen den Marsch... wem sollen den Marsch blasen? Den Direktor. Der bin ich. Ich brauche eine Serie über die Penne von mindestens zehn Folgen. Nach dem Riesenerfolg des Films Zum Teufel mit der Penne erleben Sie nun einen neuen Höhepunkt. Ein turbulentes Vergnügen unter dem Motto, Pauker werden ist nicht schwer, Schüler sein dagegen singen. Das gibt man die Hälfte, die du brauchst. Wo das Happy-Gymnasium ist, weißt du ja. Du gehst hin, sagst, du bist die Manuela Schulz, machst das Abitur für mich und schreibst deine Serie. Leibniz hat ohne Filter geraucht und Alexander von Humboldt überhaupt nicht. Die Kollegen wenden die falsche Methode. Zucker, Brot und Peitsche, das ist die Devise. Hier wird jeder hart getestet. Das war's. Damit ist wohl eindeutig bewiesen, warum Herr Dr. Wagner sich so leidenschaftlich für diesen Schuss einsetzt. Man müsste halt eine Idee haben wie. Ich glaube, ich habe eine Idee. So viele Lümmel und ein Schätzchen. Das steht kein Pauker durch. Verdammte Lümmel. Klassenkeile. Ein Film gegen die Alltagssonne. Feuerwerk der guten Laune mit Klassebesetzung. Du bist also geflogen. Gratulieren. Das bedeutet, dass ich ein Disziplinarverfahren nicht selbst beantragt werde. Und nichts in Eltern sagen. Nein, ich sage nichts. Wer petzt, kriegt Klassenkeile. Schwimmen. Das Kind alles kann. Begreifst du das denn nicht, Willi? Nie in meinem Lied. Willi zum Kochen Latein brauchen. Wir heizen den anderen Baukern so ein, dass ihnen die Luft ausgeht. Begabte Schüler lösen die schwierigsten Aufgaben. Ich glaube, die Themen haben sich verlaufen. Ein Lehrer braucht starke Nerven. Kira, meine Dressier. Häuschen. Meine Dressier. Halt. Halt. Auf die Schüler ist immer Verlass. Also wenn du das Abitur machst, dann kannst du dir von mir wünschen, was zu wählen. Das Abi mache ich mit der linken Hand. Ich war mal Klassenbeste. Die lügt, ist faul und verrückt. Vielleicht wird sie doch noch eine gute Journalistin. Hier wird ein alter Zopf endgültig begraben. Der Dienstverweigerung, ich meine Schuldienstverweigerung aus gewissen Gründen möchte ich... Herr Direktor. Herr Direktor. Die Überraschungen hören nicht auf. Der Film Lassenkeile überzeugt selbst die Lehrer. Pauker werden ist nicht schwer, Schüler seien dagegen sehr. Dernezorgan, gut da. 400원 calendkingsverweigerung vorgelegt.